Stevie Nicks kehrt nach 42 Jahren zu Saturday Night Live zurück. Am 12. Oktober tritt die Rock-Ikone mit Ariana Grande auf. Sie performt voraussichtlich ihren neuen Song The Lighthouse. Das letzte Mal stand sie 1983 auf der SNL-Bühne. Ihre Fans sind begeistert und voller Vorfreude. In einem Interview mit dem People Magazine verrät Stevie ihre Nervosität. Sie erinnert sich an ihren ersten Auftritt in der Sendung. Damals sang sie Stand Back und Nightbird von ihrem zweiten Solo-Album. Kurz vor der Show bekam ihre Freundin Lampenfieber. Sie konnte nicht auftreten und es war ein schrecklicher Schock, berichtet Stevie dem People Magazine. In letzter Minute sprang ihre zukünftige Schwägerin Lori ein. Am Ende lief alles perfekt und ich war noch nie so stolz, fügt sie hinzu. Stevie Nicks erlebte viele Höhen und Tiefen in ihrer Karriere. Mit Fleetwood Mac, mit der sie ein Comeback ausschließt, und als Solo-Künstlerin. Mit The Lighthouse setzt sie ein persönliches Zeichen. Der Song entstand als Reaktion auf die Aufhebung des Rechts auf Abtreibung in den Vereinigten Staaten. Stevie spricht offen über ihre Erfahrungen. 1979 entschied sie sich für einen Schwangerschaftsabbruch, um ihre Karriere fortzusetzen. Ohne diese Entscheidung gäbe es Fleetwood Mac vielleicht nicht in der Form, wie wir sie kennen, offenbart sie dem People Magazine. Die 76-Jährige setzt sich weiterhin für Frauenrechte ein. Die Rückkehr zu SNL ist für sie ein besonderes Ereignis. Ihre Fans dürfen sich auf einen unvergesslichen Auftritt freuen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017